Guten Morgen, Helmut, machen wir heute mal einen schönen Umgang. Wir machen heute einen schönen Spaziergang durch den Wald. Das haben wir uns auch verdient. Man muss nicht immer noch auf dem Markt stehen. Nein, wir müssen auch mal ausspannen. Oh, hier ist es schön, hier. Bei der Feuerwehr. Feuerwehr. Oh, hier kommen wir so schön laufen. Ja, sagen wir, Helmut. Ach, was ist denn das? Ach, Esbett, wir essen. Das sollen wir doch. Ja, sagen wir, Helmut. Willkommen wir dann hierher? Wir haben euch noch gar nicht gesehen. Oder du hast den Zwillingsbruder. Ja, das ist. Und das wirst du auch. Ah, naja, es war doch heute überhaupt noch nicht in dem Viertel. Ja, aber heute Säume. Ja, alles für den Wochenmarkt. Apropos Wochenmarkt. Ja, Helmut, da gibt's Neues. Es gibt wieder die Sammelaktion. Den Trimschreck. Den Freuestempel. Und die Prämie einsacken. Alles gut. So belohnt die Stadt unsere guten Kunden. Jawohl. Und wir mit. Demnächst fängt es an. Ja. Wie gehabt. Der Arne bezählt, der Arne stempelt. Ja. Wunderbar. Zu Gunze der Gutschaft. Jawohl. Müssen wir anerkennen. Wenn sie immer kommen und sind zufrieden. Jawohl. Wollen wir es auch noch helfen. Wem wir herkommen, wissen wir nicht. Ja. Wissen wir nicht. Ja. Verstehen wir. Ich war gar nicht dabei. Tuchmaschine, Radieschen. Ja. Ich hatte da noch alle Zähne. Hab einen verloren. Jetzt ist die Maske im Einsatz. Ja. Die tut alles. Verdecke. Verdecke. Gut. Wunderschön. Tschüss. 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 Komm wir machen weiter. Wir machen weiter. Unser Wanderung. Wir machen jetzt Richtung Bulau. Bulau machen wir jetzt. Ja. Das wird ein schönes Naherholungsgebiet. Ja.